Ja, hallo und willkommen zurück zu unserem Feldzug. Wir waren da mal die Landung in der Normandie abzufangen, würde ich fast sagen. Da ist sie. Ich bin schon unterwegs, die Truppen, um darauf zu reagieren. So ein Kanadier ist nicht so schlimm. Bin gespannt, ob der amerikanische Beachhead auch gleich kommt. Aber wir sind aber auf dem Weg dahin, müssen wir nur gucken, dass wir da auch direkt angreifen, weil der wollte wieder gehen. Okay, ja, das muss eigentlich von selbst gehen, das müssen wir hinkriegen. Wir haben auch ein Radio, da kann man das über Funk den Leuten mitteilen. Das ist eine tolle Sache. Erstmal Flugzeuge techen, da wir die jetzt auch anfangen. Die bauen wir schon in großem Umfang. Das ist ja nicht verkehrt, wenn wir das machen. Ja, das sollte eigentlich nicht mehr durch sein. So, jetzt sind wir hier unten gelandet. Schicken wir den 6er-Knobel am besten schon mal los mit der Eisenbahn Richtung Ägypten, soweit wir kommen. Ja. Hat der mir gerade gesagt, ich kann da nicht reingehen? Ja, bestimmt wieder Eisenbahn. So, das ist die erste Welle, die da reingeht. Das wird dann die zweite Welle. Und hier ist quasi die dritte Welle. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass ich wirklich alle reinschicken muss. Wenn sie erstmal drüben sind, sind es ja schwer auch zurückzubekommen. Vielleicht hätte ich erstmal hier für einen Notfall, falls irgendwas passiert. Wie so eine Landung da oben zum Beispiel, obwohl die rote Armee damit fertig werden sollte. Ich bin ja gar nicht so und bin ja auch schon mit fertig. Wappen wir es mal einfach mal ab. Ja, hier vorne nochmal ein Auge drauf haben. Das macht mir noch ein bisschen Sorgen, weil das geht halt Richtung meine Ölvorräte. Und das halt nicht annähernd so sicher, wie ich mir das wünschen würde. Aber wenn ich jetzt mein eigenes Öl selber verteidigen muss, wo kommen wir denn da hin? Also das geht ja so wirklich nicht. Das hat, dass meine Luftwaffe 300 XP gesammelt hat. Oder kommt das von der deutschen Luftwaffe und von diesem Typen, den ich denen geschickt habe? Diesen, ihr wisst schon. Den Atagé. Weil eigentlich habe ich ja keine starke Luftwaffe und eigentlich kämpft die auch fast gar nicht. Kommst du nochmal aus dem Wasser raus? Gibt es da im Süden noch was zu erobern? Nee, ne? Die Afrika-Geschichte ist mir eigentlich egal. Ähm. Sind eigentlich gerade zwei Divisionen in den Hafen gefahren? Ich vermute mal die zwölf versenkten Konvois. Ähm. Dass da nicht nur unsere Handelskonvois bei sind, so ein Zeug. Sondern tatsächlich, da wird wahrscheinlich auch die zwei Divisionen oder ähnliches bei sein. Das ist nur irgendwie komisch angezeigt worden. Zwölf. Genau. Also wir hatten eben 30. Dann haben wir nämlich jetzt drei Divisionen eingebüßt, von denen wir übergesetzt haben. Hier unten. Die wurden dann hier versenkt. Ah. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof. Drei Divisionen ist eine teure Angelegenheit. Aber wir haben zumindest sechs übergesetzt. Das wird jetzt unser Rommel. Der muss dann mit dem, was er hat, klarkommen. Da kommen wir keine neuen Verstärkungen an. Also sechs Divisionen haben wir, um das jetzt hier zu erobern. Die Wüste. Und dann rechnen wir uns. Drei Divisionen wurden hier versenkt. Das ist natürlich doof. Aber die anderen schicken wir dann lieber nicht rüber. Der Fallschirmjäger war da. Der Fallschirmjäger. Der eine Gebirgsjäger war dabei. Egal. Ist halt Krieg. So. Da oben ist gecleared, sagst du. Ja. Wir haben sich auch dahingestellt. Nie helfen. Das ist also auch sicher inzwischen. Der geht zurück zum anderen Hafen. Also am Norden landen sie wohl auch nicht mehr, denke ich. Low Strengths. Okay. Aber du fährst doch schon drücken. Hafen. Da brauche ich ja nichts machen. Das war die Seeschlacht. Genau genommen haben wir einen Haufen Zeugs verloren. Und zumindest zwei leichte Kreuzer der Briten gestorben. Und die haben ja auch nicht mehr viele Schiffe hier. Aber wir klären das jetzt endgültig. Und dann ist das Mittelmeer uns. Und dann können wir auch die ganze Küsten natürlich erobern. So. Italien, Griechenland. Wann ist das denn geknackt? Ist gar nicht aufgefallen, dass die Krieg hatten. So. Go, go, Jux. Mal schneller. Ansonsten Krieg irgendwas Neues. 2,2 Millionen gegen 1,9 Millionen. Ja, das ist eigentlich nichts bei, was erwähnenswert mehr wäre. Die Briten sind also die Alliierten sind ja vollständig dabei. Die Frage ist halt wahrscheinlich, was der... Ähm... Also irgendwann wird der halt explodieren, ne? Von der Produktion. Aber mit 15 militärischen Fabriken schickt der denen jetzt nicht viel Gerät, was jetzt am Krieg teilnimmt. Also wenn das Spiel bis 45, 46 geht, wenn die 200 zivilen Fabriken werden halt... Ne? Dann knallt's halt. Ob das jetzt so clever war, dass der halt in den letzten drei Jahren null militärische Fabriken gebaut hat. Das wage ich stark zu bezweifeln. Aber das ist halt die KI, ne? So. Flugzeuge werden ja jetzt gleich auch neu gemacht. Und lass mal gucken, ob wir hier, äh, hier oben, die modernisieren können. Das wird höchstwahrscheinlich, äh, genau, die Fighter-Geschichte. Das große Nation. Jetzt können wir uns halt auch eine Luftwaffe mal erlauben. So. Und wir marschieren jetzt hier rein. Ne, 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 warte mal. Also einer muss immer südlich laufen. So. Die scheiß Wüste. Oh, wir haben U-Boot versenkt. In Nordfrankreich will er wieder landen. Da will er landen. Und im Mittelmeer will er landen. Vici Frankreich will die Nuklear-Technologie erforschen. Verstehe. Also Manhattan-Projekt war halt relativ teuer, ne? Wie jetzt eine Nation, die auf so einer Insel lebt, was machen will. Das ist mir jetzt ein Rätsel. Aber okay. Also wir klären das mit der Seeschlacht gleich. Da wird der Italiener auch glücklich, denke ich. Wenn seine Konvois nicht mehr versenkt werden, wenn seine Schiffe nicht mehr geratet werden. Also wenn die Royal Navy keinen Zugriff mehr aus dem Mittelmeer hat, ich glaube, dass dann alle glücklich werden. Bis auf die Alliierten wahrscheinlich. Ganz großer Krempel hier. Vielleicht können wir nachher auch mal. Das sind Polen im Süden, okay. Da unten sind eigentlich eine ganze Menge Truppen. Belgien. Also ganz Afrika ist quasi gegen uns aus dem Süden, ne? Da müssen wir vielleicht mal gucken. Ich habe keinen Bock da runter zu laufen, dass wir hier vielleicht eine Bunkeranlage gleich hochziehen. Also, ne? Drei Bunker. Einfach um den Süden hier einen Stopfen drauf zu machen. Macht sicher keinen Feldzug in Afrika. El Alamein ist gefallen. Da war wohl keiner. Wieso geht hier eigentlich jetzt alle oben rum? Achso, ich habe das irgendwie komisch angeklickt. Kann ich mal das Ufer dann sichern, wenn es irgend geht. Könnte man gar nicht bauen. Ich weiß, das ist für Deutschland jetzt alles der obere, ne? Hm. Kann ich mal keinen Bunker hochziehen. Hätte ich aber gern gemacht. Flugzeuge. Wie viel stellen wir denn eigentlich jetzt her von den Flugzeugen? Ah, Fighter. Kairo. 25 pro Woche. Äh, was ist denn das dann? Äh, sind das so 1000, bisschen mehr als 1000 pro Jahr, ne? Was kommt denn da? Die Kanadier kommen jetzt mit der Eisenbahn da hoch. Kann direkt wieder gehen, mein Freund. So, jetzt müssen wir hier unten halt. Also Flugplatz auf jeden Fall sichern. Und jetzt gucke ich, ob ich mir am besten eingrabe vom Gelände. Das sind Wüstendünen und hier ist halt ein richtiger Berg gewesen. Ja, also wenn ich hier verteidigen würde, dann habe ich zumindest einen richtigen Berg, ne? Dann machen wir die drei Sektoren hier. Ja, die drei Sektoren und du machst den da unten. So, den Hafen haben wir jetzt auch erobert. Noch mal ganz kurz hier als Garnison dann da lassen. Das drückt man den Hafen mitnehmen. Und dann nehmen wir den zurück und bleiben auf dem anderen Ufer aber. Die werden wir nachher auslöschen da oben, aber das hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Der Sue ist es ja, glaube ich, zu, wenn ihr nur eine der beiden Seiten haltet, ne? Das ist das andere, mit dem Sand das Zeug. Genau, hier drüben. Ihr müsst aber, glaube ich, nur einen dieser vier Punkte halten, damit das als zu gilt, oder? Genau, wenn das contested ist, dann steht ja da, kann keiner durch. Und das ist ja alles, was wir wollen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur die Seite halten, damit das zu ist. So, die neuen Garnisonen laufen an die Front. Das ist ein bisschen Gegenwehr, okay. Ganz kurz mal hier mit meiner Backliner machen. Da landet eigentlich keiner hinter mir. Und dann fahren wir den da vorne hin. Genau, und du gehst einfach hier hin und fertig. Genau, die graben sich jetzt da ein. Die größte Gefahr wäre in dem Sektor. Dann machen wir da zwei hin. Und die graben sich hier ein. Und dann ist hier vollständig hier Stopfen drauf. Dann würde ich sagen, das ist ja eine Garnisonstruppe, aber der hat ja eben so viel verloren und so viel Freiraum, dass die einfach trotzdem angegliedert bleiben. Ja, und jetzt müsste das Mittelmeer von uns eigentlich langsam erobert werden können. Und ich könnte jetzt eigentlich hier die gesamten Garnisonen abziehen. Wobei das noch ein bisschen früh wäre, weil hier vorne könnte theoretisch noch eine Landung durchführen vorne aus. Aber ich lasse vielleicht noch irgendwie so ein halbes Jahr da stehen. Und bis dahin ist alles am Arsch. Und dann ziehe ich die alle aus Italien ab. Ist ja nicht so, dass da oben etwas gefährliches wäre. Wir haben ja genug Truppen da stehen. So. Ja, das ist jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Außer attacken, produzieren, Wirtschaft machen und gucken, dass der Deutsche nicht gegen Polen verliert. Ja, es sieht aber eigentlich so aus, ob wir hier mehr Truppen hätten als der Pole, wenn ich mir die so angucke. Die sind noch im besseren Zustand. Auch wenn das nicht alles Grün ist. Ich denke, der müsste das schaffen können. Auch wenn das jetzt nicht episch gut beim Deutschen gerade aussieht. Was ist das für ein Templates mit der Schachfigur? Oh, die sind ja komplett scheiße. Warum stellt der Deutsche eigentlich keine echten Soldaten her? Okay, die mit dem Helm sind einigermaßen okay. Der mit dem Handschuh. Das ist eine Cavalier-Division. Also Handschuh und der hier sind quasi leere Division, wenn er mich fragt. Da ist keine Garnison da oben. Da fackeln die mir meine Sachen ab. Das wird doch eigentlich noch der Befehl erteilt da oben. Dann tue ich Italien das mal verloren geben. Ich glaube eh nicht, dass er da noch landet. Riskieren wir das einfach mal. Garnisons-Area, lass die mal hier ausmachen. Ich habe da noch Flugzeuge in Sizilien. Okay. So, wenn ich das jetzt hier ausmache. Der kann da einfach nicht mal landen. Also die Heimat hier natürlich müssen wir schützen. Und dann da oben. Da müssten die jetzt eigentlich da hochfahren und die anderen Stellen verstärken. Das müsste doch jetzt reichen. So. Genau. Jetzt fahren sie da hoch und spielen Polizei und alles. Wie sind denn meine Schiffe da hingekommen? Das habe ich doch nie befohlen. Die sind wahrscheinlich jetzt automatisch zur Reparatur. In der Alexandria wollten die wahrscheinlich fahren. Ja, damit werden die jetzt vernichtet von der Flotte, die keinen Nachschub mehr hat. Ich habe ja gedacht, die wäre in Spanien im Hafen bei der Reparatur. Aber die sind jetzt aus irgendeinem Grund selbstständig in der Alexandria gefahren. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, den Zug. Ach, so ein Dreck. Oh, die Flotte sind mal los. So, Aviation können wir jetzt mal hier langsam machen. Dann den Fighter-Bonus. Dass wir das wieder mal hinterherziehen. Ja, aber die Flotte ist jetzt weg. Das ist natürlich sehr unglücklich. Ich weiß nicht, was die hier macht. Zumindest können wir uns in Alexandria jetzt wirklich zurückziehen. Ist ja mein Hafen. Das hätte ich aber jetzt echt ein bisschen anders vorgestellt, muss ich schon sagen. Flugzeuge habe ich eigentlich eh nicht mehr. Nulls Null. Ja, hier vorne. Dann lass sie doch hier einfach stationieren. Und dann hier oben einsetzen. Vielleicht gibt es ja zwei, drei Targets. Aber das hier ist sicher. Die sind auch eingegraben. Da kommt der auf jeden Fall nicht mehr rein, der Britte. Wenn der ein paar Marines auf den Schiffen hat, da haben die keine Chance. Er hat es ja noch seinen Malta-Hafen und hier ein paar Häfen. Aber eigentlich dürfte da keinen Nachschub mehr hinfließen. Das ist ja vollständig abgekappt. Ich weiß noch nicht genau, wie das eine Flotte ist, wenn die keinen Nachschub mehr bekommen, wie das die Game-Mechanik sagt. Aber ich denke auch, dass da die Orga runtergeht und dass Reparaturen nicht möglich sein sollten. Aber 100% garantieren könnte ich es euch auch nicht. Hast du gerade eine Landung hier? Echt? Mal gucken. Ist ja ungewöhnlich, der landet ja sonst nur bei Häfen. Ich muss jetzt schon mal um die Ecke gehen. Ich würde mich jetzt ein bisschen überraschen, wenn der wirklich landet. Hm. Wie lange braucht denn jetzt der nächste Tech? 51 Tage und der nächste geht dann nochmal 50 schneller. Ich muss ein bisschen auf die XP gucken. Ich will die halt alle in das neue Panzermodell schieben. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Hm. Die Deutschen basteln einen Kriegsgrund gegen uns. Ich will nicht mehr. Ich gehe zum Kiosk.